Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11., genau andersrum, 5.11.2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1114 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. TestFlight, Hooked, Apple Fitness Plus, Amazon, Nuki Smart, Lock und A54S. Ich starte gleich mal mit TestFlight. Ihr wisst nicht, was das ist. Das ist eine App, die gab es bisher unter iOS und iPadOS. Neu jetzt auch ab sofort für den Mac und ist dazu gedacht, wenn ihr eine neue App oder eine App, die noch in der Beta-Version ist oder schon eine bestehende App, wo der Entwickler die Möglichkeit gibt, schon vorab die zukünftigen Apps zu testen, damit er Feedback bekommt etc. Genau dafür ist die App da. Es ist quasi wie so ein kleiner alternativer Beta-App-Store, wenn man dann irgendwie so das nennen möchte. Nutze ich ganz viel für verschiedene Apps, die ich mit vorab testen darf und finde ich praktisch, vor allem, dass das jetzt auch auf den Mac kommt. Es ist ganz einfach, dann an die richtige Beta-App zu gelangen und man hat da kein Problem, dass man das irgendwo von der falschen Quelle runterlädt. Auch runterladen kann man neu den neuen oder mittlerweile glaube ich dritten oder vierten sogar Apple TV Plus Original Podcast Hooked, der ist gestartet. Was ist Hooked? Das ist eine Geschichte, eine wahre Geschichte von einer Begebenheit, die sich rund um den Tony Hathaway ergeben hat, der die in den Staaten leider sehr verbreiteten, gesetzlich verschriebenen Opioiden geschluckt hat und der von einem Ingenieur zu einem produktivsten, wenn nicht sogar zum produktivsten Bankräuber der amerikanischen Geschichte wurde. Da hoffe ich doch schwer, dass sowas auch mal in die deutsche Sprache übersetzt wird, dass man sich das dann auch so anhören könnte. Mir gefällt das Format und ja, ich würde es wie gesagt gerne auch in deutscher Sprache verfügbar haben. Weiter geht's, gestern habe ich ja berichtet, dass Apple One Premium in der Schweiz, Österreich und Deutschland gestartet ist und dass es unter anderem neben Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple iCloud und Apple Music auch eben Apple Fitness Plus mit drin hat. Das ist dann gestern Abend, nachdem ich die Aufnahme schon gemacht habe, also vorgestern Abend besser gesagt, dann auch gestartet mit einem kleinen Update vom iOS Betriebssystem, konnte man sich dem Ganzen dann aneignen und das dann ab 12.90 Franken pro Monat oder für 99 Währungseinheiten pro Jahr sichern. Oder eben dann im Bundlepreis als Apple One Premium Kunde. Was da alles genau mit drin ist und wie das Ganze funktioniert, aktuell tippe ich einen längeren Artikel dazu, den werde ich dann noch nachträglich verlinken und oder wenn er erst nächste Woche online kommt, was gut passieren kann, ihn dann halt dann nochmals kurz hier ansprechen. Weiter geht es mit Amazon und die haben ja schon im Sommer mal ganz kurz angestreift, dass sie auch Matter-kompatibel sein werden. Matter, der neue Smart Home Standard oder er möchte hoffentlich bald neue Smart Home Standard, der ihm Mitte 2022 irgendwann dann mal richtig kommen wird. Dieser tritt nun offiziell auch Amazon bei und hat gesagt, dass eben gewisse Geräte, zum Beispiel die Echo 4 und Konsorten, kompatibel sind. Das wurde im Sommer schon verkündet, dass auch gewisse ältere Modelle aus der ganzen Amazon-Serie da irgendwie kompatibel sind. Darunter befinden sich Dot-Lautsprecher, die Studio-Lautsprecher, der Show, der Plus, der Flex und so weiter und so fort. Verschiedene Geräte, die dann eben die Kompatibilität an der Richtung haben. Weiter geht es mit dem Nuki Smart Lock 3.0. Jetzt darf ich darüber sprechen. Nuki hat zwei neue Smart Türschlösser vorgestellt in der Version 3.0. Das Smart Lock 3.0 und das Smart Lock 3.0 Pro. Was ist der Unterschied? Das 3.0 ist ein einfaches und vor allem abgeschlagtes System. Vor allem ein günstiger Einstieg in die ganze Geschichte. Ab irgendwie 150 Währungseinheiten herum geht es da los. Und dann gibt es eben das Pro, das ein bisschen aufgemotzter ist, einen neuen Motor mit drin hat, der noch ein bisschen leiser sein soll. Und an der Montage hat sich nicht viel geändert, auch am Aussehen und allem drum und dran. Die alte zusätzliche Hardware wie die FOPS und so weiter sind natürlich genauso wie auch der Hub nach wie vor mit den neuen kompatibel. Ich glaube, ich muss mir das Teil mal wieder anschauen. Ich habe ja im Büro eins, aber zu Hause wollten wir schon lange auch ein solches Schloss haben. Das wäre jetzt der perfekte Augenblick für das, würde ich doch sagen. Dann gibt es noch Neuigkeiten von Oppo. Die haben nämlich zwei neue Einsteiger-Smartphones vorgestellt. Das ist das Oppo A16s und das Oppo A54s. Wer dazu genaueres nachlesen möchte, ich habe einen kleinen Blogpost oder besser gesagt zwei Specs-Seiten für euch verlinkt, wo ihr euch das ein bisschen anschauen könnt. Das Ganze ist relativ dünn mit 8,4 mm Dicke. Die haben beide einen üppigen Prozessor verbaut mit 5000 mAh und sind deshalb auch ein bisschen gewichtiger. Für so ein Einsteig-Smartphone recht schwer, würde ich sogar sagen, mit 190 Gramm. Mediatek-Prozessoren sind drin, kleine Speicher, kleiner Arbeitsspeicher, grosses Display und eine gute Kamera. Und das Ganze gibt es ab irgendwie, ich glaube, 149 und 199 Schweizer Franken in Euro-ähnliche Währungslage, glaube ich sogar. Also ein schöner Einstieg in dem Bereich. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten und somit auch mit der Woche, die ich jetzt abschliessen kann. Für euch, ich hoffe, ihr habt bald Wochenende. Meiner einer nicht, aber für all diejenigen, die dieses Wochenende haben und geniessen können, geniesst es. Habt viel Spass daran und wenn ihr mögt, dann gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.